Ich fühle mich selbst zurück. Ich fühle nichts mehr, außer Gier und Ekel. Ich sehe zwar noch aus wie ein Mensch, aber ich bin keiner mehr. Nur noch eine Karikatur. Ich bin herzlos und völlig unfähig zu jeder Art von mitgefahren. Nur meine düstersten Empfindungen sind noch intakt. Der größte Lump im ganzen Land ist immer noch der Spekulant. Sie haben mich zu einem Soziopathen gemacht. Ich morde, weil ich mir so ein Surrogat an Gefühl verschaffe. Aber selbst wenn ich mir diese Wahrheit eingestehe, tritt keine Katharsis an. Andere sollen leiden, weil ich es nicht kann. Ich will, dass das aufhört. Ich will es zurück. Ich will es zurück. Untertitelung des ZDF, 2020